Ah, sind die letzten Minuten hier auf dem Platz. Schade. Genau, nur recht älte. Das sind krasse Bäume teilweise hier. Das ist aber richtig dick ey. Papel. Da vorne die Chemiumhäuser mit Klima natürlich, die gehen bis zum Herbst rein oder das ganze Jahr, ich weiß nicht. Weil hier, da ist der andere Platz im Zelten. Wir gehen in den Waldhäusern. Ja, alles schon abgebaut. Zweiter kleiner Platz. Das hätte ich auch hinten durchgemacht. Ja, die sind schon seit letztem Monat irgendwie. Seit 1. September. Kann man sich wahrscheinlich nur, oder anscheinend nur... hier ist ja auch heißer geworden. Das ist eigentlich auch ganz geil. Aber die haben heute kein Klima. Vorne auch noch welche. Ja. 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 Ich führe mich mich bei der in der Haft topics auch aus nawet. Ja. lesen wir das mal in Fäden. das ist ja quasi mein Platz, aber ist auch schon leer, aber wer meinte vom Eurocamp, hier wären noch 2-3 aber sehe keine mehr das ist meine Zeit, er war gepackt alle jetzt, startklar, vielleicht muss ich schon raus 50 Minuten kommt der Bus, ich lege mal hier rum, da vorne ist ja der Pool, hast du ja schon gesehen also das hätte ich jetzt nicht gern, so in der Mitte, ja, aber noch ein zweithilster, das ist eigentlich auch da hinten habe ich noch jemand gesehen, hier vorne genau, hier sind noch welche, da auch, hier ist es was das ist in Deutschland, aber den Flug nehme ich natürlich auch noch auf den Start miteinander